Jürgen August Hartmann ist ein deutscher Schauspieler. Leben Nach dem Abitur absolvierte Jürgen Hartmann von 1985 bis 1988 eine Ausbildung an der Kleinteaterschule von Frieda Nöge zum Klauen, Kabarettisten und Stegreifspieler. Es schloss sich von 1988 bis 1992 ein Studium an der Hochschule für Musik unterstellende Kunst in Hannover an. Bei einem Wettbewerb von Schauspielschulen in Hamburg im Jahr 1990 wurde Jürgen Hartmann mit der Rolle des Max in dem Bühnenstück-Band Rosa Winkel von Martin Sörmann Preisträger. Erste Rollen spielte er am Niedersächsischen Staatstheater in Hannover. Weitere Bühnenstationen waren das Staatstheater in Darmstadt, das Theater Basel, das Deutsche Nationaltheater in Weimar und das Theater Dortmund. Für die Titelrolle des Lilium in Molnars bekanntesten Theaterstück in einer Aufführung des Staatstheaters Darmstadt erhielt er 1996 eine Nominierung zum Schauspieler des Jahres. Von 2009 bis 2010 war Jürgen Hartmann an dem Schauspielessen engagiert. Seit der Spielzeit 2010-2011 gehört er dem Ensemble des Schauspielhauses in Bochum an. Jürgen Hartmann wirkte weiterhin in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen mit. Darunter befanden sich die Otto-Filme Otto, der neue Film und Otto, der Liebesfilm. Hier trat er nebenan Jajeneke, Friedrich Schönfelder, Peter Schiff und Lonnie Kellner auf. Er war zudem als Darsteller in Fernsehserien wie Der Elefant, Mordverjährt, Nie, Soko Köln, Wilsberg und Tatort zu sehen. Mit der Figur des Gerichtsmediziners Daniel Vogt in der Fernsehreihe Tatort aus Stuttgart mit Richie Müller, Felix Klare, Miranda Leonhardt und Carolina Verasquiller erlangte er seit 2008 große Bekanntheit. Filmografie 1987 Otto, der neue Film 1992 Otto, der Liebesfilm 1998 Zitat, Geschichten über Todsünden 1999 Requiem für eine romantische Frau 2000 Zehn wahnsinnige Tage 2005 Unkenrufe 2005 Der Elefant, Mordverjährt, Nie, Sie Mulanten 2006 Soko Köln, Buchmacher 2006 Die Kneipe 2006 Rendezwaus mit einer Toten 2007 Tatort Bienzle und sein schwerster Fall 2010 Wilsberg Bullenball 2011 Kissenschlacht 2014 Soko Köln aus Weglos 2014 Hellendorn unter Kontrolle 2014 Mord mit Aussicht St. Kennedy Tatort Folgen aus Stuttgart 2008 Hart an der Grenze 2008 In eigener Sache 2008 Tödliche Tarnung 2009 Das Mädchen Galina 2009 Altlasten 2010 Blutgeld 2010 Die Unsichtbare 2011 Grabenkämpfe 2011 Das erste Opfer 2012 Scherbenhaufen 2012 Tote Erde 2013 Happy Birthday Sarah 2014 Freigang 2014 Eine Frage des Gewissens 2015 Der Inder 2015 Preis des Lebens 2016 Tatort im gelobten Land Höchst Diregt 2012 2008 studied depuis Pain 2012 2015 ως Pas visto Fast ants